aber das laden geht recht schnell muss ich sagen ja sollte sich definitiv gealter das hat sich definitiv geändert ach ist das eine schöne map oder wahnsinn ich hab die noch nie gespielt was ich hier machen lang nicht mehr ex tot an herzschlag der wurde ziemlich verändert oder nicht eigentlich nicht ich hab muss voran diese pfeffer muss eigentlich noch bevor ich jürgen scheiß gerne ab dann macht es zurück dieses kacktote alter das dann geflogen ja ich suche das totem auch das ist ja einfach frech brauchst zehn mal so lang für so einen scheiß generator der schürt hier rum irgendwo beim großen haus der hütte vorbei ich habe das hex totem es ist aber anders ex totem ist noch eins sein jagt mich irgendwas kaputt okay das sext tot habe ich kaputt aber es war nicht das doch hier ist das andere ich habe es auch noch gleich das kommst du dann hier ich glaube ich gerade ein bisschen ärgern also er will ja wir wissen was du meinst und weg nice so ich bin auch weg also auf jeden fall nicht im boden ich glaube ich bin ich Schaffst du das? Nice Ich meine, wir sind immer noch in der Nähe Oh, das ist auch gut, das ist auch gut, sorry Ich habe mich hingefunden, oh Gott und gleich neben dem Waken Es ist doch was ich mache Das war so richtig schlecht Ja ich weiß ... hä? Was? Du willst nach vorne geschneiden und würdest du die Blände runter tun und ... Ja Okay Markerblech Rampfe Oh fuck, da wurde jetzt mein Ding getrickt Vielleicht wieder Zeug Willst du mit Lächeln, Chris? Ja Das da Alter, ist der schnell Fuck Meine Taschenlampenkünste lassen heute echt zu wünschen übrig Kommt zu uns Oh ja Ja, verpasst mich Vielleicht sind die Nischleid nicht Yo Nein Geht nach oben glaube ich Nein, geh in den Keller Hat er dich schon? Ja, da schon Was? 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 Was im Schrank Achso Ich bin nicht immer in den Schrank Als du in die Ecke rum kamst Und da hat er mich dann gesehen Achso Verlauter hier woanders im Kuchen Ist der noch da? Naja Naja Bei mir ist er nicht mehr Bei mir ist er nicht mehr Der kommt Der kommt Und das war's für mich Nie Willst du Boah, das hat er mich doch gesehen Na so Problem Keine Scheiß. Hier keine Scheiß-Balletten mehr. Ich hatte gehofft, der dreht sich rum. Ich habe keinen Sturm geschlagen. Ich habe keinen Sturm geschlagen. Ich habe keinen Sturm geschlagen. Ja, genau. Wie wäre das denn gemacht? Was soll das machen? Aber er kämpft sich immerhin. Ich werde hier gleich wieder zu einem Generator kommen, denke ich. Ich habe keinen Lippen mehr. Ohne Paletten, das ist echt scheiße. Ja genau, er landet auf den Scheiß-Bagger-Ding. Okay. Lauf schnell zu mir. Oh Gott, er verfolgt mich. No, ist das behindert gelaufen. Ich finde, er ist irgendwie schnell. Nein! Ich hasse Taschenlampe. Hebe mich zuerst auf! Scheiße! Ich bin da jetzt irgendwie echt schnell. Ich weiß ja, ob sie da was geändert haben. Recover mal. Okay. Ich bin aber erst viertelvoll. Das kannst du vergessen, hier ist nichts mehr. Ja. Nichts mehr, was du nutzen kannst. Ja. Das ist halt scheiße an der Map. Ja. 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 Ich habe gerade nöd. Nöd und, ähm, brutale Stärke. Do it, bitch. Do it! Ich hasse dich. Echt? Es nervt, dass dir das auf den Boden geht. er hat mich jetzt zufällig mit seinem kackstil getroffen ernsthaft die zeit gönne ich mir du hast ja auch eine dabei ich ja ich hab sie gefunden aber ich komme total schlamm überhaupt nicht klar los luke direkt unter mir einspringen er hat gut gespielt ja 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 das wird was was ja genau alter ich hasse das das immer wenn man nicht kriegt einfach so komisch in irgendein richtung kennt ja 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 Hast du den schon geholt? Ne. Äh doch. Sorry, Dennis. Ich bin da, aber... Er ist ziemlich weit weg von mir. Er hat's wiederkommen, Schatz. Ja. Juhu. Hallo. Das sieht super aus. Wie ihr zwei da unten rumtanzt und oben macht jemand gemütlich den Generator. Das bin ich. Alles kalt. Gibt's da noch irgendwo ne paar Meter zum oben schmeißen? Was überhaupt tun? Hä? Was seid ihr zwei? Ja, das ist das Glück der Wind. Ah, da. Okay. Kommt hoch. Jetzt deportiert erstmal schön gepflegte Generator. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wie kann denn der jetzt her? Das ist ne gute Frage. Was ist denn noch irgendwie die her? Ja. Okay. War grad verwirrt von der Musik. Ahem. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Ich weiß nicht. Oh Gott. Zhijijijijijij. Da hat er mich ausgeschmerzt. dass du den jedes mal triffst du schon fast so lange nicht am anfang ist dass ich eigentlich haltig gut das ist richtig schnell war der jetzt ich denke direkt neben dir soll ich dich holen oder verfolgt ist ich bin ja auch schon mal ich bin ja auch schon mal ich bin noch mal denken dass die fährt um die kurve das krasse ich bin unsichtbar generatoren gelaufen oder sind tot aber ich glaube ich bin ja ah nee der schlau du machst ihn genau weiter sooo nice das ist perfekt perfekt oh gott der haken wurde frei jetzt folgt ihr noch ein buch haben wir noch ein generator der fast ich weiß nicht was soll englisch gut gemacht einfach um diese hier ist eine relativ hälfte er hat mich im fall getroffen ich hänge im keller zweimal ich bin jetzt noch das drücken sag mal ob er dann wegfährt er ist auf jeden fall da kommt zu mir ich muss ihn leider durchs boot führen er ist noch hinter mir her ich hab noch ein schluss probier es vielleicht geht es iron will ist das beste das zweite mal nicht gesehen ich bin tot hätte er klappen können wäre ich mal doch lieber gerannt aber es ist immer zu schön wenn er jetzt den keller checkt ich aus ja klar er checkt halt echt den schrank das kann er mir nicht erzählen der hat mich auch komisch also ich mache keinen sinn was der spiel weil er bald viel zu spät dran werden locker beide rausrennen können und er trägt trotzdem im keller er sollte also erst auch zu meinem generator gelaufen dann habe ich gesehen er will links rum bin rechts um den baum auf einmal dreht er rum und schlägt halt schon bevor er mich überhaupt zieht das ist auch ein bisschen komisch gehört noch keine gefördung gehabt ne ich weiß nicht ob es vernünftige wallhacks für das spiel gibt keine ahnung ja wisper ist hat er naja ok aber trotzdem naja ist da oben genug oder was aber er hat einfach unverschämt viel glück gehabt aber ich habe so einen gescheiß Nice. Ich habe sie halt nicht geraten. Und jetzt auch. Keine Chance. Alter. Cool. Ich bin froh. Ich bin froh. Kannst du eine Killerrunde machen. Deine Radies. Wir lieben eine Killerrunde. Das bin nicht ich. Ich weiß doch noch. Ich habe ihn mal... Warum ist der jetzt schon wieder hier? Ach, come on. Doktor. Ladok. Oh Gott. Ah, okay. Ich habe aus dem Spiel rausgeklickt. Ich dachte schon, ewiger Leck. Oh. 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 Ernsthaft? Auf der Map ein Tod empfinden. Haha. Haha. Zeit vor, dass du raus bist. Ich meine, ich wusste, mehr überlebt sie nicht. Die drei Jahre Lebenszeit lasse ich, Eli. Zu geben die Skillchecks eigentlich nicht mehr Punkte. Ich habe mich nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr. Was macht der Rame da hinten, Alty? Ist das da rum? Der lockt ihn zu uns. Oh. Moin, Moin, da packt er schon die Keule aus! Was? Was ist denn los? Meine Maus geht immer aus dem Bild raus. Wurde ich einmal rausgetackt? Das Spiel mag doch nicht mehr. Ich dash gegen den Stuhl! Der ist super! Du hast einen Generator geschickt? Ne, er hat 4! Auch 4! Oh! Er ist komplett weg! Nein! Ich spiele mit der Maus aus dem Spielhaus! Was zur Hölle? Hm! Dann kann man jetzt mit Helle-Billy spielen! Ich bin dann vielleicht mit... Was du? Beim Helle-Billy! Ja, das können wir machen! Kann ich mal machen! Mein Dailies sind! So! Gibt's doch nicht, was da los jetzt! In den Settings! Ich fange auf den Geschichten zu! Ich fange auf den Settings! Ich schlage 11 Verlebende, den wir unter uns gar keine Eine rausfinden! Da ist er noch… Geist du! Ich kann es dir nicht schaffen! Das kannst du eh nicht schaffen! Ehe! Wie viele Leute? 11! Ja, das geht schon, aber du brauchst halt drei, vier Games. Nein. Aber direkt wenn du aus der Unsicherheit kommst. Das geht ziemlich lange, das geht ziemlich lange. Also ich habe die Quest schon ein paar Mal gemacht. Ja. Richtig knifflig wird es, wenn das Survivor Sprint Burst hat, dann ist es ein bisschen eklig. Alter, was? Keiner hat dieses dämliche Trottel gefunden. Ja. Ich habe schon zwei kaputt gemacht, aber keins hatte... ...eine Brüder. Ich habe immer viel mehr zu tun. Benkst? Da bin ich nur noch. Ja. Imker Healer. Ahhhh. Ah! Du machst irgendwie den Nebel, Schatz. Was war das? Was? Nebel da unten. Was für ein Nebel? Nebel. So ein Wacken. Geh leer. Habe ich gar nicht. Schau, sie werden jetzt schön in der Aufnahme an. Ah! Hat er mich doch noch gesehen? Ernsthaft, er nimmt das Fenster statt, die Palette? Was? Wieso faked man sowas an? Alles wieder gut. Ich hab den ersten Generator. Ja, das hilft dem beim Game nichts. Da, und poo. Da, oder? Warte noch nicht. Da, warte. Ja! Da, die. Da, da. Da, da. Ob du noch einen Herzschlag hast? Ne, hab ich nix sollen. Ich bin nix im Ziller. Das hat sonst ja nichts zu tun. Ich halte mich ein bisschen weg. Guckst du erst mal die Maus wieder? Ich hab niemals raus, ey. Bei dem hast du ja auch mit meinem Kopf. Musst dich ja erst noch mal befreien auch. Mach das jetzt auch los. Dann sind wir hier gleich wieder. Jetzt gibt der andere. Was ist denn los? Ich hab auch zu sehen, wie die Jungen austauschen müssen. Müssen wir auf ihn zu schreien. Aber warum? Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich bin jetzt her. Jetzt parody. Mach es auf mich. Ja, du kannst dich nicht mehr. Mach es nicht mehr. Mach es nicht mehr. Ja, schön, kannst du fänden. Du bist echt der Größte. Die Luke ist unser. Juhu. Werden die aber nie finden. Er schreit, was er schreit und wenn er schreit, hebt er die Taschen einfach in den Himmel. Deswegen hast du nicht geblendet? Ja, weil ich an die Decke geleuchtet habe. Ja. Ich kann das schon so heben, aber du wolltest doch nach oben. Alter, was? Ja, er lässt mich übrigens ausbluten, also ich lege in meine Palette. Wollten da ja alle, dass der gebackt wird. Ja. Ey, genervt wird. Die Palette ist weg. Stimmt, die habe ich hier umgeschmissen. Ich male einen Smiley. Juhu. Ja. Geh mal lieber weg. Ach wohl. Juhu. Er jagt dich. Ja. 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 Danke. Ja. 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 Prax. Ja. Ja. Mann, wieso weißt du wo ich bin? Vielleicht weil du es weißt? Wenn ich Snapple schrei ich ja nicht. Kacke. Ähm, die Platte ist dann halt bei nur... 3 bis 5cm groß. Und das Siffy Strike ist direkt am Anfang. Ich komm in den Keller. Bin im Keller. Alles klar. Und er kommt hoch. Ich dampfe! Ich bin noch Stufe 3, also ich muss auch noch aus dem Mittel. Hm. So. Das wird gekocht. Das wird gekocht. Niouuu. What? Äh. 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 Ah. Had du hingeleuchtet! Ist ein Kilometer weit daneben geleuchtet grad. Aber danke. Alt Problem. Alter, wieso ist der Typ so schnell? Oder meine Schlampen ist so langsam? Ich weiß nicht. Keine Chance, der hört mich innerhalb von zwei Sekunden wieder auf. Das hört nichts. Das ist verrückt. So, aber ich den Perk nicht, dass ich mich durchheilen kann. Was ist das eigentlich für ein Perk? Von David King. Du bist immer verletzt, kannst nie vollgeheilt werden. Dafür kannst du nicht durch. Oder vom Bill gab's den auch. Das kannst du aber nur einmal pro Match machen. Ja. Einmalig kannst du aufstehen. Ich wollte gerade sagen, du hast mich nicht gesehen. Hast du überhaupt ein Rank abgeweicht? Also Rankdown kriege ich auf jeden Fall nicht, weil ich habe mehr als genug Toten zerstört. Wie ist das? Merk. Wie ist das? Bis zum nächsten Mal.